Moin Leute, herzlich willkommen zur Verlosung, zum nächsten Spiel, also von unserem nächsten Spiel, die Verlosung. Das wird sein, ja, Lego Jurassic World. Ich sag erstmal Entschuldigung dafür, dass es so ein bisschen länger gedauert hat. Ich hatte doch arge Probleme mit meinem PC, jetzt habe ich ja den neuen PC und es läuft auch alles. Und jetzt komme ich auch endlich dazu, die Verlosung hier zu machen. Und ja, ich sag erstmal Danke an alle, die teilgenommen haben. Und ja, nochmal vorab, der Gewinner, der jetzt seinen Namen dann hoffentlich hier sieht, der soll dann bitte mit dem Account, mit dem er teilgenommen hat, also der Kommentar, der jetzt gezogen wird, bitte einen Kommentar hinterlassen mit deiner E-Mail-Adresse. Ich melde mich dann bei dir und schicke dir dann den Steam-Key zu, damit du das Spiel dann kostenlos bei Steam runterladen kannst. An alle anderen, ja, versucht es beim nächsten Mal nochmal. Ihr habt noch zwei Tage, nee, einen Tag noch Zeit, um bei F1 beim Gewinnspiel teilzunehmen. Und ich hoffe, ihr nutzt die Chance und wir sehen uns dann wieder. Und jetzt erstmal viel Erfolg an den Gewinner, beziehungsweise an alle von euch. Viel Glück und ja, gucken wir mal, wer es sein wird. Und so, der Ladebalken läuft durch, sind ja einige Kommentare gewesen. Und leiser Wurst, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Du schreibst bitte mit deinem Account hier einen Kommentar mit deiner E-Mail-Adresse. Ich melde mich dann bei dir, ich schaue alle paar Tage rein, also nicht ungeduldig werden. Und ja, dann bekommst du von mir diesen Key zugeschickt. Also, macht's gut an alle anderen, es tut mir wirklich leid. Beim F1 Let's Play könnt ihr noch daran teilnehmen, einfach bei Part 1. Und ja, dann sage ich schon mal, schöne Woche euch noch und bis dann. Und ja, dann sage ich schon mal, schöne Woche euch noch und bis dann.